Willkommen, mein Name ist Lutz Reinhardt von profischnapp.de und ich zeige Ihnen heute einen Relax-Sessel von Himmola 7422 S Launcher elektrisch mit drei Motoren in Leder Ochsblatt, größtes Mall. Ich bin 1,83, für mich ist der Sessel etwas zu klein, Sie sehen es, meine Schultern stoßen hier oben an und ich sitze etwas zu niedrig, aber für jemanden, der 1,75 ist, geht dieser Sessel schon. Hier haben wir eine seniorengerechte Fernbedienung, nur zwei Tasten, eine Taste, das Fußteil fährt aus, ich bleibe jetzt einfach hier drauf, jetzt kommt der Rücken. Und Sie sehen, wie bequem dieser Sessel ist, jetzt bin ich in der Maximalstellung, hier hat es eine praktische Taste, hier oben kann ich noch nachjustieren, so dass ich wunderbar auch fern sehen kann. Und zurück geht es ganz einfach mit dieser Taste. Wirklich auch für ältere Leute absolut geeignet, das kann ich wieder strecken. 1, 2, einfacher geht es nicht. Armlehne ist sehr modern, sehr schön, finde ich, mit diesem Winkel hier, alles soft gemacht, Tasche praktisch, kann man einstecken, Sessel drehbar, wunderbar. Also ein wirklich schöner Sessel, Größe S halt, für mich zu klein, aber sonst passt eigentlich alles, Optik, Geschmackssache, Bequemlichkeit hoch. Edward Tyson, Profischnup.de hat gerade ein Mustersessel bekommen, für 1.190 Euro plus 99 Euro Versand. Profischnup.de, Ihr Online-Outlet für Marken-Relax-Sessel sagt Danke. Danke, abonnieren Sie unten unseren YouTube-Kanal. Schauen Sie, was frisch reingekommen ist unter profischnup.de slash Neuheiten und kommen Sie mal in Empfingen vorbei, in Baden-Württemberg, wenn Sie hier sind. Dankeschön. Und tschüss, Ihr Lutz Reinhardt von profischnup.de ... ... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020